Aktive Radaufhängung ist ein Begriff, der überwiegend im Motorsport verwendet wird. In der Automobilindustrie wird dies genauer als aktive Federung bezeichnet. Ein Aktor liefert dabei ganz oder teilweise die Kräfte, die sonst passiv durchfedern bzw. Dämpfer erzeugt werden. Ziel ist es, die sonst unvermeidlichen Wank- und Nickbewegungen des Aufbaus bei Kurvenfahrt bzw. beim Bremsen oder Beschleunigen zu verringern. Zusätzlich wird der Abstand des Fahrzeugs über der Fahrbahn geregelt. Diese Funktionen verbrauchen Energie, die meist hydraulisch, teilweise auch elektrisch zur Verfügung gestellt werden muss. Davon zu unterscheiden sind semiaktive Federungen, bei denen zwischen verschiedenen Kennlinien der Feder- oder Dämpferelemente umgeschaltet werden kann. Einen ersten Einsatz fand die aktive Federung in der Formel 1, wo eine computergesteuerte Elektronik im Bereich der Radaufhängung zur Verbesserung der Aerodynamik des Fahrzeuges im Zeitraum der SISOs 1987 bis 1993 beitrug. Ende 1993 wurde sie von der FIA verboten. Von 2008 bis 2014 wurde in der Formel 1 DK-Sekunde rein hydraulisch gesteuerte FRIC-System verwendet. FRIC ist ein Akronym für Front and Rear Interconnected. FRIC wurde 2014 von der FIA in der Formel 1 als bewegliches aerodynamisches Hilfsmittel und damit als regelwidrig eingestuft. Aktuell wird FRIC in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WIC eingesetzt. Geschichte Die Entwicklung der aktiven Radaufhängung wurde von Lotus-Chef-Ingenieur Colin Chapman bereits 1981-1982. begonnen. Zum ersten Mal renntauglich wurde die aktive Radaufhängung 1987 bei Lotus Cars im Modell 99T eingesetzt. Parallel dazu entwickelte Williams im FW-11B ebenfalls eine aktive Radaufhängung. Jedoch war die aktive Radaufhängung noch unausgereift und die Software konnte das Potenzial dieser Erfindung nicht optimal ausnutzen, da sie die Informationen noch nicht vollständig verarbeiten konnte. Dennoch gewann der Lotus 99T mit dem brasilianischen Rennfahrer Aertensenna die Rennen in Monaco und den USA. Der Brasilianer Nelson Piquet gewann im Williams Honda das Rennen in Italien. 1988 ging die Entwicklung vor allem bei Williams und Lotus unvermindert weiter, die Technik erwies sich jedoch als zu komplex und wurde bis auf Weiteres eingestellt, bis sie dann zu Ende der Saison 1991 von Williams wieder aufgenommen wurde. In der Formel 1 Saison 1992 gelang der Durchbruch, Nigel Menzel wurde im Williams überlegen Fahrer Weltmeister. Das Williams Team sicherte sich den Konstrukteurs Titel. Die Technik, die dem Williams Team einen enormen Vorteil verschaffte, wurde zu Beginn der Saison 1993 auch von anderen Teams übernommen und weiterentwickelt. Alle Post errang in diesem Jahr den 2. Titel für einen Williams mit aktiver Radaufhängung. Wirkungsweise Alle für die Funktion des Systems wichtigen Informationen werden über Sensoren erfasst. Der Bordcomputer errechnet daraus die erforderliche Kraft an jedem Rad. Abhängig von Anwendungsfall, Energieverbrauch und anderen Kriterien werden unterschiedliche Aktoren verwendet. Bei Federfußpunktverstellung Z. B. wird die Kraft hydraulisch mit einem Zylinder in Reihe mit einer Feder aufgebracht. Dies ist erforderlich, da jedes Stellsystem nur über eine begrenzte Leistung verfügt. Hörfrequente Anregungen, die nicht mehr aktiv ausgeregelt werden können, werden so vom Aufbau ferngehalten. Die Wirkungsweise hängt neben den mechanischen Komponenten stark von der Software ab, sodass hier Know-how und Fantasie der Ingenieure gefragt sind. Aktive Radaufhängung im Motorsport Da die Aerodynamik von Rennwagen sehr empfindlich auf Änderungen des Nickwinkels und der Bodenfreiheit reagiert, wird die Lage des Fahrzeugs unabhängig von den äußeren Bedingungen so eingestellt, dass die aerodynamischen Anbauteile günstig angeströmt werden und die Bodenfreiheit möglichst konstant ist. Durch die Verteilung der Radlastdifferenzen auf Vorderachse und Hinterachse kann außerdem das Unter-Übersteuern in Kurven sowie die Traktion beim Beschleunigen aus Kurven verbessert werden. Aktive Radaufhängung im Straßenverkehr 1983 debütierte die erste elektronisch geregelte semiaktive Radaufhängung für Stahlfederung und 1986 für Luftfederung im Toyota Suara. Toyota Electronic Modulated Suspension Im März 1989 wurde bei der Präsentation des Mercedes-Benz SLR 129 das System ETS als Option angeboten. Dabei handelte es sich um eine teilhydraulische Radaufhängung mit Niveauregulierung sowohl für die Vorder- wie für die Hinterachse. Die optimale Dämpfung wurde pro Rad anhand von Parametern von Radbeschleunigungssensoren sowie von Längs- und Querbeschleunigungssensoren des Fahrzeugs andauernd elektronisch berechnet und in vier Stufen angepasst. Zudem wurde das Fahrzeug bei Geschwindigkeiten ab 120 km pro Stunde um 20 mm tiefer gelegt und die Bodenfreiheit konnte bei Geschwindigkeiten unter 40 km pro Stunde per Knopfdruck um 40 mm erhöht werden. 1989 wurde im Toyota Celica eine computergestützte hydraulische Toyota Active Control Suspension eingeführt, die keine Stabilisatoren benötigt und das Wanken effektiv kompensiert. Laut Toyota war das die weltweit erste vollaktive Federung. 1991 hat Nissan im Zima und Infiniti Q45 ein hydraulisches elektronisch geregeltes aktives Fahrwerk eingeführt. Full Active Suspension Citroën führte 1995 im Citroën Xantia eine aktive Fahrwerksstabilisierung ein. Der Xantia Activa war das Topmodell der Xantia Baureihe von Citroën. Die Vorstellung war Ende 1994 gebaut worden zwischen Frühjahr 1995 und Herbst 2001 etwas mehr als 18.000 Stück. Neben Hydreactive 2 hatte der Activa noch die sogenannte aktive Fahrwerksstabilisierung. Im französischen SCK ist gleich Systeme Citroën D-Control Active Durulis, welches der erste serienmäßig angebotene aktive Querstabilisator im Automobilbau war. Mit diesem System wird die Seitenneigung durch mechanische Regelung mit Hydraulikzylindern, die auf die Querstabilisatorstangen einwirken, auf ein Minimum reduziert. Diese Technik ermöglicht bei optimal griffiger Fahrbahnquerbeschleunigungen von bis zu 1.2 Gramm und bietet dabei trotzdem noch einen überdurchschnittlich hohen Federungskomfort und damit sichere Straßenlage. Gegenüber den Standardmodellen hat der Activa Sitze mit verstärkten Seitenwangen, welche zudem bei der ersten Serie pneumatisch verstellbar sind. Dadurch ist mehr Seitenhalt gewährleistet. Funktionsweise von AFS-SC.K Beide Querstabilisatoren sind diagonal gegenüberliegend über einen Differenzial-Hydraulikzylinder mit den Radlenkern verbunden. Diese Zylinder sind an ein Reklerventil angeschlossen, welches von den vorderen Querlenkern mittels Schubstangen über eine Federhebelmechanik direkt betätigt wird. Auftretendes Rollmoment wirkt auf die Querlenker entgegengesetzt. Ein Rad federt ein, das andere federt aus. Dadurch wird das Reklerventil, der Neigungskorrektor, durch die Schubstangen in eine Richtung hin aus seiner Ruhelage gezogen, geschoben, wodurch es einen dem Rollmoment proportionalen Druck in den Hydraulikzylindern einstellt. Die Hydraulikzylinder verändern dadurch ihre Länge und wirken so der Verspannung des Querstabilisator entgegen. Sie drücken die Karosserie über die Querstabilisatorstangen gegen das einwirkende Rollmoment wieder in die Horizontale, womit Kurvenfahren bis zu 0,6 Gramm Querbeschleunigung mit minus 0,2 bis 0,5 Grad Seitenneigung ermöglicht wird. Ab 0,6 Gramm Querbeschleunigung kommen die Stellzylinder an ihren Anschlag. Ab hier neigt sich der Xansia Aktiva bis zum Erreichen des Kurvengrenzbereiches bis zu 1 Grad in die Kurve, was dem Wert eines guten Sportwagens mit entsprechend straffer Abstimmung entspricht. Da dieser aktive Rollstabilisator unabhängig vom Hydrekte-Vieh-Fahrwerk arbeitet, bleibt deren Federweg auch bei extremer Kurvenfahrt fast ganz erhalten und sorgt so für eine deutlich bessere Straßenlage in diesen Situationen als das konventionelle Radaufhängungen können. Bei gerader Ausfahrt wird über das Steuergerät der Hydrekte-Federung zudem ein Magnetventil betätigt. Dass eine zusätzliche Federkugel in den hydraulischen Regelkreis der Stellzylinder schaltet. Dadurch wird zum einen die Steifigkeit der hart abgestimmten Stabilisatorstangen virtuell durch die Gasfüllung der Federkugel abgemildert, um Kopierbewegungen zu reduzieren und so den Komfort zu erhöhen. Zudem wirkt sie durch ihre Speicherwirkung dämpfend auf den Regelkreis. Damit bei gerade Ausfahrt keine unerwünschten Regelschwingungen durch federungsbedingte kurzzeitige Betätigung des Neigungskorrektors auftreten. Mercedes-Benz führte 1999 im CL ein aktives Federungssystem unter der Bezeichnung Active Body Control ein, bei der die Aufbaufreiheitsgrade Huben, Nicken, Wanken aktiv beeinflusst wurden. Durch hydraulische Zusatzkräfte an jedem Rad werden Wank- und Nickbewegungen bei Kurvenfahrt oder Längsbeschleunigung weitgehend vermieden, ohne dass der Fahrkomfort bei unebener Fahrbahn leidet. Damit wird sowohl ein sehr gutes Fahrverhalten als auch ein hoher Fahrkomfort ermöglicht. Andere Modelle von Mercedes-Benz, Porsche, Audi, BMW, Opel und Renault verfügen über Techniken, bei der nicht alle Aufbaufreiheitsgrade geregelt werden. Continuous Dumping Control Weiterentwicklungen setzen auf elektronische Steuergeräte, die den Fahrzustand über Sensoren erfassen und Aktoren entsprechend ansteuern. Zum Beispiel BMW oder Porsche PDCC. Die Firma Bose entwickelt eine aktive Federung auf Basis eines Linearmotors. Die statische Radlast wird hier durch eine passive Feder getragen.